Herzlich Willkommen zurück zu Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Das ist natürlich meine ich, ich bin jetzt So, nochmal, dass du mit Schicksal, ja mit Oh, der Tachenschatz, nice Früher gedacht, dass es die ultimativen Verstärkungskonten sind, das heute Ja gut, ne? Was ist denn scheiße ernst? Wie fährt denn das Vieh jetzt? 2000 Ja Ich bin am Arsch Jetzt schon, dass du halt kaum angefangen hast Hm, kurz Das ist blöd Ach du Scheiße Ah, der Fing geht schon gut an, ey Hier Eh Hier Ich heiße den Typen. 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 Aufs Deck oder? Warte mal. Nein, ich will lesen, Alter. Achso, ne, wird gemischt. Okay. Ich heiße den Typen. Ich heiße den Typen auf den Sack, Alter. Alter Schwede. Ich heiße den Typen. Ich heiße den Typen. Ich heiße den Typen. So, und jetzt hier nochmal. Du Fotze, du Fotze, du Fotze, na gut, gewonnen ist gewonnen, wa, haben wir es ja, ok, 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 So, ich nehme den Preis an, äh, Duell in Colosseum, danach kommt Marek und dann kommt das letzte Duell, ok, bin ich mal gespannt, Tor zur anderen Dimension, ich nehme mal Stein, und da wurde ich einfach mal penetriert, ok, Ich habe jetzt einen Slifer, den Himmelsdrag auf der Hand, das ist schon ein bisschen nice, der hat vier Fusionsmonster, das ist uncool. Nein, 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 nein. Nein, nein. Alter, geh mir noch auf den Sack. Alter. Alter. Wund'n cool. 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 Das ist uncool. Das ist echt uncool. Den hätte ich gern. Oh nein, ich hätte erst ein Ding schilten müssen, und dann, oh fuck. Ja gut, wird sagen, dass die, äh, das dual ist gelaufen. Das reicht, ich werd bekloppt. Hier, friss, alter, friss. Alter, das wird geklappt. Du Huren. Du Fotze. Du Fotze. Alter. Kaiserkleiter. Oh ne, alter. Wenn jetzt nicht irgendwas, äh, irgendwas passiert, dann war's das, würde ich sagen. Wann, da, irgendwas passiert. Oh. 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 also kurz so hat Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die ist, Alter, die ist, die ist fucking awesome, Alter. Wir gehen auch lieber auf Masse, anstatt hier auf ein großes. Diese Fotze. Scheiß. Alter, warum hat der denn so, so was im Deck? Okay, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt wirklich, äh, scheiß, ja. Ne Karte, die ich nicht brauche, ne Karte, die ich nicht brauche, ne Karte, die hat die her. Warte mal, warte mal. Wie, ich will die lesen, verdammt. Ich will die lesen. Warum kann ich die nicht runterscrollen, verdammt. Wie, ich will die, verdammt. aktivieren wenn haben wir das obel ist der peinige zucker und ich würde sagen der obelisk wird jetzt ein ding verpassen du ich muss ja das tut ich muss jetzt sagen ich habe so aktiv die görder konnten gar nicht gespielt ich muss trotzdem mit obelisk angreifen weil ihr wisst 500 leben 500 mehr verteidigung ist ein bild blöd was jeden zug der arsch alter hätte ich das gewusst hätte gespielt scheiße und cool so angriff oder gut er hat den tausend kannst du mit ins vier angreifen dein scheiß ernst zieht der lau wahrscheinlich die einzige korde die seinen verfickten arsch rettet und was zieht der spiegelkraft was für ein bastard alter so ein richtiger huhr ja gut ich muss sagen dass die ins gelaufen war was soll ich die nächste rote ziehen ich habe keine ankorde mehr ich habe gar nichts mehr jetzt würde noch jetzt würde er noch den baster bläder ein ja 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 es gibt ja ja es gibt es eine karte ja ja herz der karten land neues deck herausforderung steck so meine freunde jetzt das entscheidende duell jugi musu gegen jammy jugi beim alter es wird der fälle nice ist natürlich schön stein ich ein bein harter typen okay aber den spiel ich und damit endlich mein zug hier kannst du gut kombination ziehen einfach stärker muss er wegwerfen und dann wiederholen viert 1000 schaden arschloch der marschwurm halt der marschwurm kann schon von friedhof machen oder muss er speziell von deiner hand beschworen werden fuck von meiner hand und cool und cool aktivieren also was sie ich den hier leck mich am arsch ist nicht dein ernst oder tja ist eigentlich egal selbst obelist der peiniger kann mein geile marschwurm ne kaputt machen ich habe ein kleines problem ich habe echt ein scheiß problem selbst das reicht ne fuck und cool und cool oh nein kann ich den gelben spielen und wir wollen mal ja jetzt mal so ich bin mit den roten so das kann ich mit gelben rasuen ja möchte ich sogar muss dann immer schön weitermachen bisschen obeliskor sozusagen irgendwas anderes gebrauchen können oh Scheiße, ich hab Missgeburt. Ist ja nicht so neu als bei mir. Ach, Alter, ich bin da am Arsch. Falls alle Monster in deinem Friedhof als Eigenschaft Erde haben. Ich bin gefickt. Alter, Scheiße. Wie ich die Kotte für uns weggeworfen hab. Was ist das denn? Äh... Oh, der dauerhafte immer, was wir so gefällt. Ein Monster, das du konservierst. Zwischen Kampf durch Stuttwirt kannst du stattdessen ein Monzo von Typ Felser von deinem Deck auf den Friedhof legen. Oh cool, nice to meet. Könnt ihr. Oh cool. Ah, selbst der bringt mir nichts. Ich bin in der Zwickmühle. 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 Alter. Nein. Was war der Diebeten für? Ach du Scheiß, geiler. Das dunkle Mindestraum. Äh, was ist denn? Ich bin am Arsch, meine Freunde. Ich kann niemals Monster rausballern, was ungefähr in die Klasse von dem Typ kommt. Uncool. Scheiße. Scheiße. Was? Ach so, Scheiße. Oh, Kacke. Ja, ich würde sagen, dass dieses gelogen war. Ich könnte zweimal schon wiederholen, würde ein bisschen was einstecken. Er legt wieder auf zu mir Monster und nimmt den Effekt tot. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich habe verloren. Oh, Gott. Wenn ich jetzt eine überkrasse Overpower in der Karte komme, bin ich am Arsch. Ich brauche Karten, verdammt. Ich brauche eine gute Karte. Ich habe gesagt, ich brauche eine gute Karte. Ich brauche eine gute Karte. Ich brauche mal, wenn ich die Karte machen möchte. Ich brauche eigentlich Drehschirmat zu sein. Los das ist nicht so, dass ich den Karte scharf. Der Karte geht nicht so, dass du nicht in der Karte geschätzt oder erwiderte. Der Karte geht nicht so, dass du nicht in der Karte stehen willst. Aber das ist super smart. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Alter Das sind die einzigen Konti schon am Decker, also kein Monsterspielen, gar nichts Scheiße Scheiße Mann Richtiger Huren Okay Okay, im nächsten Duell wird es dann ansacklofen Definitiv Da werde ich den, aber Gibt es Schellen Von mir In dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag Hoffe, es hat sich trotzdem gefallen Auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat Bei Yu-Gi-Oh, Legacy of the Dude Das ist natürlich meine Wenigkeit In dem Sinne, haut rein Macht irgendwas statt für das Yay Und da will ich da